Ja, also Wir nehmen jetzt auf Jetzt gerade nehmen wir auf Brauchst du doch gar nicht zu starten, Alter Ich hab einen Balken, ich weiß nicht wieso Johanna blockiert wahrscheinlich das halbe Internet Meine Mutter ist wieder im Internet, was soll ich denn machen, ey? Ja, kann ich halt nichts machen Unser Router ist halt im Arsch Jetzt geht's gerade Ja, jetzt, ich hab die ganze Zeit Ich sehe jetzt auch, dass meine Verbindung gut ist Oh, der Sound, man Jetzt schmeckt man richtig Ist auch scheißegal Du nimmst jetzt auf, indem ich jetzt auch erwarte A weak burger that has strength Ey, Leute Was geht? Ich hab da letztens wieder so richtig geile Story gehört Und die wollte ich euch jetzt erstmal Hier richtig geil auf den Tisch hauen Mit meinem riesigen Schwanz Dann geht's schon los Ja, hab ich so das Bild aufgenommen Ja, willkommen zu Part 23 Ne, ich weiß gar nicht, welchen Part wir heute haben Das ist Part 1 Das ist ja ne neue Map-Grohen Willkommen mal wieder Willkommen mal wieder zu Part 1 Geil! Ihr seid doch alle richtig lüstern Wir sind mal wieder in einem vollkommen anderen Raum Mit einer anderen Map Das ist nur das Best-Off, was immer zusammengeschrieben wird Ja, wir machen nur Best-Off Von unserem wunderbaren Schnittmeister Wir wissen nämlich jetzt schon, dass wir mega witzig jetzt in der Aufnahme sind Das ist richtig Ja Ein Vogel hat mir nämlich gezwitscht, dass alles heute 40% der Lustigkeit heute ist Ja, das stimmt, Liam Du hast... Was steht da? Du hast vollkommen recht Zwinker Zwinker-Emoji Ja, Leute, tut uns leid, dass die Aufnahme nicht früher kam, aber Unsere Aufnahmeprogramm hat ein bisschen rumgesperkt Hat ein bisschen Schnack gemacht Kannste Aufnahme waren weg Und das müssen wir alles nochmal neu machen Ja Und das hat ungefähr drei Monate jetzt gedauert Oder zwei Monate Deshalb die zwei Monate Pause Wir mussten uns erstmal von dem YouTube-Fame erholen, der uns in den letzten Wochen Also, Entschuldigung, also wie viel? 4.000 Abonnemen Alle so fleißig aktiv kommentieren Und bewerten Davon die 200 aktiven Abonnenten, die alle sechs Jahre mal auf diesem Kanal vorbeischauen Davon begrüßen wir natürlich unseren Lieblingsabonnenten Wie hieß denn denn nochmal, unser Lieblingsabonnent? Keine Ahnung, du kannst mal gucken, du bist doch fertig Ja, genau, ich geh jetzt mal ein paar Kommentare Genau, wir machen jetzt mal so ein... Wir antworten jetzt mal auf eure Kommentare Auf eure Fragen Ach hier, ich seh schon die erste Frage Wo wohnt ihr? Nette Frage hier von XXStylerXX Ach ja, stimmt Wir haben beim letzten Mal sind wir auch ein paar Kommentare eingegangen Aber die Aufnahme war ja am Arsch Also nochmal an Kissenschlacht Von wegen Abobotten Halt die Fresse Ganz im Ernst Ne, Antwort steht ja schon drunter William Dale auf Part 9 First Super, du Schworte Bist der Kommentar So, und ich glaub, damit haben wir eigentlich auch schon fast alle Kommentare durch Ein Kommentar kommt, glaub ich, noch Ja, mal sehen, warte Ja, doch von diesem Typen, der fragt, ob wir Achso, ja, auf Part 8 von The SK909 Russian Hi, I would be very glad if you shot Let's play my map link to the map Blablabla Blablabla Sorry, my bad English Yeah That's That's not a bit of a map, sorry It is more interesting, man Ja, ich glaub, du hast nicht verstanden, dass wir nur Parcours-Maps Ich will sagen es jetzt nochmal auf Deutsch, weil du scheinbar kein Englisch kannst Deutsch kannst du ja vielleicht Jetzt auch kein Parcours-Maps Parcours Ja, hier der Crooked Gaming auf Part 6 Ace-Video-Man Keep it Keep edit Blablabla Ja, dankeschön Wenigstens einer, der aktiv unsere Videos schaut und Unsere Arbeit zu schätzen weiß Mal sehen Ja Ich hab recht viele Kommentare Das ist auch ein bisschen was unkommentiert Aber es gehört auch dazu Herrlich, über einen Kommentar drüber Das ist mir auch zu viel verlangt Wir picken jetzt auch gerade nur die besten Kommentare aus Also alle anderen, die jetzt gerade nicht erwähnt sind Tut mir leid, aber vielleicht im nächsten Video Dann erwähnen wir euch Müsst ihr euch einfach mal besser anstrengen Mal qualitativ hochwertige Videos Oder Kommentare besser Kommentare machen wir alles damit Ja, ja Was spielst du auf? Wer fragt denn das? Eine sehr intelligente Frage Antwort, ich spiel auf meinem iMac Ja Ich wette, das hat er mit Google Translate übersetzt Was spielst du auf? Ja, natürlich hat er das alles Aber wir sind ganz schlauer Silence Krieger Hallo erstmal Auf Part 1 übrigens Hallo erstmal Gefallen mir deine Videos Das ist echt gut Und vielleicht hast du ja Interesse daran Mal ein Video mit mir zusammen zu machen Auf jeden Fall ein Abo und Like verdient Mach weiter so Werde auch öfters mal auf deinen Kanal reinschauen Würde mich freuen Wen du auch mal auf meinen Kanal schauen würdest Und falls dir meine Videos gefallen sollten Auch mir ein Abo und Like da lassen würdest Hoffe wir hören bald voneinander Bis dann Ja Also von Punkt Kommasetzen hat der Typ nichts gehört Also wenn ich Alle meine Abonnenten jetzt mal durchgehe Steht er sicher nicht dabei Hundertpro hat denn uns nicht abonniert Sondern er will einfach nur Dass wir ihn abonnieren Das war Krieger Also Silence Krieger Wir müssen mal gucken Wann wir zusammen spielen können Weil wir haben gerade noch ein paar andere Anfragen Auch etwas größere YouTuber haben mittlerweile Das Augenmerk auf uns gerichtet Da auch nochmal ein großes Entschuldigung an Unge und Dena Dass wir da abgelehnt haben Ja Einfach zu viel zu tun Ihr wisst was wir von euch halten Und ja Nicht in einer Million Jahre Dankeschön So macht ihr jetzt mal die Challenge Nein alter Wir wissen Wohin wir müssen aber echt mal jetzt raussuchen Wie die Mappreise Ich muss das auch in die Beschreibung Achso ja Ja was weiß ich wie die heißen Und von wo haben wir die Ich sehe jetzt auch schon wieder Zwei Monate her Keine Ahnung Ey keine Ahnung Ich guck mal Ich glaube Ich erkenn sie Am Am Thumbnail Bild Ja genau Das haben wir sicher Von dieser Adventure Map .com YOLO 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 Die Map Das sei ja zugesagt Ist wirklich gerade extrem schwierig Große Räume Schwierige Sprünge Keine Checkpoints Das stimmt Ja stimmt da Party of the Fruit Dude Alter I'm busy Also bitte hatet uns nicht Bitte Ja bitte Ja okay Und es rippt dich Liam wieder Ain't just gonna hate Ain't just gonna hate Ich krieg die Scheiße nicht Alter Wie 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 ging die los Am Anfang War da auch eine Holzchallenge Und sowas dabei Ja War das Ist das nicht Diese mit Die so ultra langweilig Eigentlich auch Die ganze Zeit Ja Genau Diese mit Holz Und Stein Und Obsidian Irgendwann Und Sandstone Also ich hab ja eine Die es vielleicht Seien könnte Aber ich bin mir gerade Nicht so sicher Ob das nicht Vielleicht eine andere Solche Wie heißt Jump Frontier Ja Dann ist das jetzt einfach Jump Frontier Die Ist doch egal Keine Ahnung Dann kannst du doch mal weiter gucken Weil ich finde es nur noch eine Die besser passt Was andere bist du denn Ich hab's aufgeblieben Achso Ja du hast das gerade schon gerne gemacht Ne Nee Richtig nicht Ich probiere es nochmal kurz Und dann Geh mich aber auch auf Und wir uns mal den nächsten Raum Anschauen Ja ne Ich würde sagen Du nennst dir einfach Jump Frontier Okay Es klingt gut Gut Glut Ich hab jetzt auch aufgegeben Okay Ich hab meine Scheiß Ich hab keine Ahnung Von Minecraft Haben wir auch nicht Deswegen spielen wir es auch Um gehatet zu werden Jetzt kann ich den Scheiß Bestimmt nicht mehr Ja da Dann